hallo und herzlich willkommen zu einem weiteren let's play counterstrike global offensive heute mit zwei abonnenten gleich nämlich diesen freeze zone den ich gerade zuschauer und dem juli den hier zuschauer und zwar hat die aufnahme runde schon begonnen nach ein paar missgelungene miss fehlschlägen die wir gehabt haben leider aufgrund technischer probleme aber jetzt geht's los rank hat auf dem mark und ich würde dir mal empfehlen da irgendwie nicht zu bleiben da die schon unten sind bei b aber ich konnte die erste und leider nicht mit spielen wegen internetproblemen und wie es auch schon so gehört muss man halt ab und zu mal auch ruhig sein bei rankers damit so was nicht passiert was ihr das gesehen habt ja genau fail das war übrigens jetzt gerade der mui der gesprochen hat nur damit ihr bescheid wisst wer wer ist oh mein gott knapp okay komm er schafft es ja ja glaube ich schon zu spät will man hat schon gekauft egal schnicki wiki like warte gibt 22 b 2 a und eine outside oh mein gott die sind outside outside leute zumindest eine zeit wie ich gerade festgestellt habe oh mein gott im blend ich bin full slasher oh mein gott die kommen alle outside outside der outside der gong b i think oh mein gott nein tod ja das kommt von der ecco runde ich hab dich mal auf lautlos gestellt weil das nervt wenn du ingame redest und im ts hä ingame rede ich äh ja gerade ja wenn du mit den anderen hätten da ach so ja ja stimmt stimmt ja macht ja nix kann sein aber jetzt irgendwie keiner b oh mein gott 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 herzlich willkommen bei let's fail ja nichts schlimm egal wir machen das schon noch irgendwie nein du hast 3600 dollar ich habe sie mir leisten können ich gehe mal über unten erzähl ja ja ich würde sagen ich schaue mal grimp ja da ist einer da ist einer outside sind die outside ja outside 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 ich bin so schlau ich bin ich bin ich von eigenem flesh haben die ne arve ne 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 was ne arve noch nicht gut gut ich lebe noch zwei äh einer ist noch silo da war silo jetzt tut es ich glaube einer ist gerade ist der eine rad im schacht und klettert ich glaube ich glaube ich glaube es zu hören da muss man so ich glaube ich glaube ich glaube es zu hören da muss man so auch ich glaube ich habe das war ein lag es manchmal hat man klicken und wenn ich und ich habe eine ak ich lieber kauf ich muss mir hier noch etwas einstellen ganz kurz ich habe da irgendwas falsch eingestellt ich gehe hier links sagen wir ja ok weil ich habe hier meine gaming maus und ich muss hier immer einstellungen treffen die mich an kotzen ok sind die alle auszeit wieder ok der eine interessiert mich weniger wenn die bombe draußen liegt bombe is laying down on the yard mensch oh mein gott da ist einer a oh mein gott war das ein fail ja der einer bei a genau in text genau da wo du hinguckst ja oh man ich will eben noch drei pass auf pass auf pass auf drauf halten ist nie so gut aber ja drauf halten ist nie so gut ich weiß es gibt solche momente oh man es gibt solche momente da hält man einfach drauf weil wenn man in panik gerät auch sondern mehrere sind das nie geld war ich achte immer auf du hast jetzt nicht echt eine pumpe geholt oder das bringt es eigentlich nicht nicht wenn man antiterror ist und überall kämpfen muss wo zum beispiel rb da bringt dir das 0 auf wasser ramp 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 was hast du gesagt ja mir ist doch gefallen dass die pumpe 50 weniger schaden macht als eine ak ja die macht das gar nichts was schließt sich so minimiert sich ja dann schon mal nach unterprogramm dieses spiel schließen oder beeinflussen what the fuck ich dachte aber dann haben sie bei a i think i think ach so du bist noch da okay das aufnehmen die nicht da lassen awp la kommt da auch jedoch durch alle es ist wegen der glasscheibe da hast du gesehen ne wo kann man sofort als wäre der amnächst einer noch da hat der eine gesessen aber da war die studie tut es zu führen habe ich nicht mehr doch probiert nein jawoll auch war das knapp alter es war in dem mit oh kasselder ja die war die würde eigentlich schon exploten der wollte gerade sagen ja die bombe ist komplett explodet wollte gerade sagen aber ich bin gut gemacht gut gemacht scheiße ich sagste ich geh outside ich geh a outside kommt keiner dann kommt der a oder b a kommt mal bitte a 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 Oh Gott, hat er mich erschrocken. Ist hier irgendwo in der AK? Ähm. Ich bin in der AK. Ich hab so'n geilen Sticker auf meiner Waffe jetzt. Ich kann mal wissen, wo der Gegner ist. Vielleicht saft er, ja. Geht mal zu B. Ich guck gerade an Basis, jetzt ne Basis ist keiner. Ich glaub der hat Wenz aufgeschossen, kann das sein? Das war ich gerade. Oh. Ja, ohne dass einer tot ist. Ja, gut gemacht. Gut, ähm. Heißt, beweist mal wieder, dass wir diese Runde gewinnen können. Und wir hauen das rein. Wir schaffen das locker. Wir haben wieder outside. Ach ja, genau. An alle Zuschauer, die ich, ich wünsche euch erstmal einen schönen Valentinstag, ne? Und ich wünsche euch auch ein schönes Wochenende. So dass er ja bei Valentinstag ist. Outside, äh, ist da in der Date beflogen. Ja, die kommen outside, outside. Outside, okay. Outside, outside. Ja, outside hab ich einen erledigt. Oh, mein Gott. Vorsichtig, wir auf eine Blend. Blend. Ähm, der eine ist, ist ein bisschen lau. Der eine ist, ist ein bisschen lau. Zwei sind schon durch. Einer war noch essen. Einer war noch essen. Ich geh jetzt durch. Gut gemacht. Ist irgendwo ne AK. Ach klar ne AK. Nein, das war nicht die AK. Da ist die AK. Nein! Meine Waffe. Da liegt meine Waffe. Wenn ich die Waffe lief. Ja, bist du verrückt oder was? Du kriegst längst Headshots Meine Waffe, meine arme Waffe hat jetzt ein Loch Es sind schon drei outside, ey Leute, was geht mit euch ab? Aber die sind sie auch Sind sie wieder? Rampes und Aufwäsche Oh mein Gott, warte, ich komme Rampe, okay Aber auch outside, ne? Bombe ist in der Lobby, Bombe ist in der Lobby Okay Das ist nicht wichtig Sonst kann ich mir wieder mal eine geile M4 holen Der Mewi ist ein Platz über mir Ne, 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 ne So machen wir das nisch Ich hab einen Punkt mehr wegen dem Defuse Ich weiß Aber eine schlechte RKD Leider Aber ist doch schön Ich mag es immer sehr gerne, wenn man gewinnt Wäre nisch Wir haben einen A Oh Gott, das geht immer so schnell Ich kann, ich kann gar keinen töten, weil es so schnell geht Okay Leute Staubsaugertaktik Schau mal auf meine Waffe Pass auf, jetzt wenn ich schieße, dann weißt du was ich meine Das ist Staubsaugertaktik Und jetzt wissen die, dass du ne Neger fährst Ist nicht so schlimm Dann wissen sie, was ihr erwartet Wenn sie mir nicht Instant Headshot geben, dann geht das nämlich ziemlich gut Meist immer So, warte, ich geh jetzt rein Ich rücke außen vor Ah, einen hab ich, einen hab ich geholt, aber Wie war das jetzt? Und die machen mir kein Problem? Äh, wie? Die machen mir schon keine Schwierigkeiten oder so, wie war das? Hm, ja Es kommt drauf an Genau der Typ, ja Ich glaub, ich mach's dem sogar manchmal viel zu einfach, mich zu töten Wenn ich mich dann noch gehochen gehe Und dann besser zu zählen Ja, manchmal ist das ziemlich nützlich, aber manchmal ist es auch ziemlich schlecht Es kommt immer drauf an, wenn sie ne AK haben, nützt es sich oft zu drucken Weil sie dann meist immer über dich drüber schießen, aber wenn sie ne Waffe haben, die ziemlich genau ist und dann auf den Boden schießen Dann treffen sie dich eher Ja, ich hab's ne AK und gibt mir trotzdem einen Headshot Da hab ich jedenfalls das Gefühl Hm, ja, dann kann er gut mit da spielen Ja, weiß ich nicht AK ist gut Deswegen such hier immer eine Spiel einfach auf Zeit Ja, oder so War geplant? Ja, ja Ich hab dich aus dem mittleren Wurf gemacht Da gibt's Unterschiede, oder? Ja, wenn du beide drückst machst du mittleren Und wenn du nur den rechten drückst, rollst du die Ah, ok Das wusste ich nicht mal, ja Habe ich ja als äh Profi des Spielens Von Counter-Strike Oh ja Ja, der hat schon eine volle Zone geliftet Gut Den hat's dann gereicht Tja, der wusste Ich dachte immer der wusste, ja jetzt kommt er mit der Negev, jetzt kann ich liefen Nee, nee, das war schon voll Nee, nee, das war schon voll Nee, das hat er oder Hat er darauf geliebt Ist nicht A? Okay Oh mein Gott, ich fällt gerade da aus, ist Clear Headshot Ja, SG aber SG 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 ist easy Ja, SG SG, ja Was willst du ja nur sagen, ja Autosniters ist geil Die, die gerade der Erler hat Habe ich genau dieselbe Binsenskin Ich hab die Runde Arme verloren Ich hab die Runde Arme verloren Glaub ich aber nicht Der geht jetzt davor und stirbt Oder safety Waffe Pass auf, der geht da jetzt mit Steps die Leiter hoch Und Cosmo drückt er wieder einen Headshot Ja Oder nicht ganz Aber jetzt hat Und du 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 Nein, oder noch nicht Ja, jetzt ist zu spät Jetzt ist zu spät Schafft er so und so nicht mehr zu defusen Oh mein Gott, Junge Save doch wenigstens deine Weapon Telepathie, er kann mich hören Boom Äh, ja, wenn der eine jetzt nach zwei Minuten weiter draußen bleibt, hat der äh Dran Jo Ja, also das ist Der für uns bisher noch nicht interessant, also Hm Das ist für seine Mitspieler interessant, oder für ihn Wo hab ich jetzt noch mal Ich probier mal eine AG, weil die hat ja ihr neues Visier Die zuschauen kann ich das noch mal zeigen Hier Neues Visier und so Ist richtig blöd Ist richtig scheiße Hier wird runtergepatcht Was ist runtergepatcht Ähm, outside ist keiner Ähm, outside ist keiner Soll ich mal wieder vorne auf und die Köder machen Ne, lass mal Outside smoke Smoker? Ja, dann kommen sie outside Ah, der ist einer Oh mein Gott, ah, ah, ah Ey guys, ey, der, ey Ja, ey Er ist plantiert, ey Alter Der will mal, ne Der haut mit der Auge hier rein Scheint mir doch gar nicht mal so schlecht zu sein, die Auge Ja, einmal rein in den Raum, ohne sich umzudrehen Ja Äh, passt auf Passt auf, passt auf Hast du ihn gesehen? Ich hab so'n Gefühl, dass hinter dir ein ist Weiß, wo er ist Hast du ihn gesehen? Der Fuse Das bringt, äh, Töckchen voll Jetzt, schnell komm Unser Entschärfer Komm, 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 komm Oh Nice Eine weitere Minute bis zum Abbruch Aber ich denk mal, ich probier's mal wieder die Auge, weil die ist echt nicht schlecht gewesen, glaub ich Ich glaub, die ist gar nicht mal so schlecht Äh, du musst, äh, es ist Gewinnungsbedürftig statt dem alten Visier jetzt ab, ja Ja, ich weiß, ich hab ja noch meine SSG und mit der hab ich ja 300 Kills Als einer von der stirbt, kann ich ja mal die neue Auge ausprobieren Ja Machst du damit naze? Ich hab so das Gefühl, dass wir nicht A kommen werden Oh, fuck, ich hätte fast noch mal von unserem Ernstgeld, von uns angeht, das ist gut, dass ich so ein schlechtes Aim hab Hehehe Aukside ist bis jetzt immer noch nichts Das wird bad Kleinverposition B Dann sind sie, dann sind sie entweder noch Lobby oder gehen zu B Oder hinten natürlich Ähm, bei A ist einer Wilma ist tot Oh ja, die Auge ist gar nicht mehr so schlecht Äh, Aukside, ne? Ja, ich krieg dir mal zu Hey, das Visier ist doch vermut, oder? Letztlich Naja, aber es hat sich ein bisschen verändert Im Sinne von? Ja, das war mal ganz anders, glaub mir Da hast du dann das ganze Visier im Kopf gehabt Äh, ja, ich hab ja Schatzi Ich hab ja irgendwann hab ich's auch mal ähm mit dem Alten gespielt, und ich kann mich nicht mehr daran erinnern, dass es so lange her war Ja, das ist kompletter Bildschirm frei, dann hast du ein kleines Viereck Genau, so wie jetzt, so wie du jetzt hast, bloß, dass du ein bisschen mehr Zoom hast Also genau gleich wie jetzt, bloß, dass du die Waffen nicht mehr siehst und mehr Zoom hast Also ohne, dass du siehst Ja, und das ist jetzt halt so, dass du vollzoomst und so einen Minipunkt hast, und sobald du schießt, ist dieser Minipunkt aber weg Ja, du musst nur nach unten links ziehen, damit du triffst, oder? Ja, allgemein, das ist so ne Sache, weil ich schieß immer in Salven, bloß im Nahkampf ist dadurch halt die Auge Bisschen schlechter geworden Im Fernkampf dafür aber irgendwie, meiner Meinung nach, jetzt gerade im Moment war das ganz gut Also, bisher War's cool jetzt grad Outside? Warte, ich werf ne Flash Und noch ne Flash Leute Jetzt schau ich mal ganz kurz raus Ich weiß nicht, hat sich so angehört Boah, Vorsicht Vorsicht, Vorsicht Oh, lowlife Oh, lowlife Dann SG Fuck, wer ist das? Ah, das ist halt nicht ihr, ja ok Ah, ist einer Wo ist der, wo ist der? Na, der ist, der ist jetzt Äh, in diesem selben Haus ist er jetzt wieder zurückgefasst, wo der jetzt genau ist Auf dem Container, kommt jetzt rein, Lobby Auch Silo genannt? Ne, der, der war auf dem roten Container Weg zum Silo Aber mit der abgesägten Schotty Das bin ich Keine AK, was sind das für welche? Warte, ich höre, ich höre jemanden rechts Ey, der ist bei mir Rotzen wir ihn voll, jawoll, gut gemacht Ey, keiner ne Was sind das für Terroristen, die keine AK haben? Was ist denn das? Was ist denn das Terrorisieren mit dem? Ja, wenn die keine AK haben Letzte Runde, der ersten Hälfte Ach, letzte Runde? Ja, der ersten Hälfte, das heißt, kauft euch tot So, machen wir noch eine Staubsaugerrunde, oder? Die haut rein Normal hätten wir jetzt alle die NEGELF kaufen müssen Oh, das wäre geil gewesen Einfach, einfach nach unten ziehen und voll raufhalten Weißt du, richtig Maus einmal durch den Tisch ziehen und dann passt das Wer ist das, wer ist das? Ah, okay, blöd Darf mal nach vorne Die gehen in Ramp, denke ich mal Warte, lass mich mal ganz kurz Granate reinwerfen Weg, weg, weg 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 Junge Sorry Ich habe den Fleisch Die gehen wahrscheinlich zu B Ja, ich gehe rein Ich gehe rein AAAAAAA Verreckt uns! Saumb! Aof, fuck Ey der hat der Slowlife, 89 Euro gezogen Ey, den musst du packen ah ja jawohl gut gemacht gut gemacht last man standing ich höre rechts ein er hat jetzt rechts was auf was auf was auf warte ich sagte wenn er plantet viele hören sie nicht ich denke ich auch na ja 13 sekunden bleiben noch 10 lasst einfach schön er schafft es nicht mehr gut gemacht jawohl also gute hälfte leute gut gespielt bisher oh gott die habe ich noch gar nicht gesehen ich habe die cz nicht gegen meine p250 austauschen wollen weil ich nicht will dass sie irgendwie fehl geht und meine p250 ist schon was schön nicht mit der cz fail weil ich glaube auf nahkunft ist sie richtig schlecht voll die granate in die mitte geht 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 einfach geht geht go 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 wir müssen beeilen komm mit ja genau hier links rein rein ich habe dich los oh mein gott von hinten und von vorne hast du noch planten können das ist schlecht komm er schafft also jetzt müssen das scheiße weil die bombe ist so offensichtlich oh mein gott alter ach so 13 in 6 wenn er das jetzt reißt wird er ihn nicht schaffen ja 557 ist cool was weiß ich da aufschlösst oh mein scheißkaufen gut ja das Problem ist jetzt dass wir nichts haben und die Gegner haben gute Waffen das wird ein Pistol Fight ja zumindest die nächsten paar Runden doch weil die scheiße ist wenn man das noch weil man dann wahrscheinlich noch mal verliert und dann haben die Gegner noch bessere Waffen Alter von hinten behind behind oh mein Gott wir haben verschissen ja gib auf gib auf keine Chance du hast keine Chance ja ja die haben auch gute Waffen gehabt jetzt haben wir die guten Waffen okay die haben verloren die haben verloren gibt auf gibt auf ihr habt verloren ich habe meine AK da warte ich ich kann immer meine zeigen Frise warte ich weiß ich weiß rüber deine deine sollst du rein deine rüber schmeißen jetzt mal es geht ganz behalten für die Runde drück mal f ja ich habe hier die schlichte mit Holz okay vorsicht 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 ich lege mal nicht ganz durch wie das ganze mit dem so geht ne ja shit von rechts auch mann das hat mein Akkader pickt ich sehe nur vielleicht vor der Sache warte ich höre dir zu oh die wir wieder flanken wer hat die Bombe ach so geh mal geh mal da dazu b ja genau da wo der Typ gehen wir hinterher schnell schnell ooo ist mir wieder kommt es gleich ja ich wollte eigentlich gucken ob der noch mal vorbei ist damit er da sicher ist und nicht verhälten überrascht wird und ich werde überrascht toll hm kauft euch keine SG die so richtig schlecht geworden welche? weil die AUG ist gut aber die SG irgendwie ist komplett verkackt ich habe damit eine StatTrak mit 300 Kills aber hat sie nichts großes getan komm schon jetzt one have to defuse it the others cover guys you don't have that much time now oh wir sind ja oh fail wir terrorists ich dachte wir sind ich dachte wir sind DING oh ja wir sind zu spät ja aber alter ich dachte jetzt echt wir sind DING ich dachte jetzt echt wir sind äh Antiterra moment wie fällt das nicht die Größe fällt sie hatte es wird man was zu gesagt dass sie mit dem Mittel weit werfen es hat zu später probieren er schaut so gerecht aber die so Bomber ist verständlich zu kommen ja doch lass mich warte ich will auf Silo schnell und pass auf dass hinter uns keiner kommt Dankeschön und da komme ich nicht ran wir kommen jetzt von PC-Room also ran kommen jetzt ein paar ok ok ne rev mhm freut einen natürlich ähm nicht ähm ok aimbot online und so warte ok es kommt raus indem dich der ein anderer hoch pusht wir haben noch 45 Sekunden also eigentlich mehr Bacher als ähm ich hol die Bombe aber auf aber einen hab ich auch angehört aimbot online sicher wie ich sterbe jetzt ich passe jetzt mal nicht auf und dann einfach drauf ok ich plante gib mir lass mich planten ich blende ok ich höre ich jetzt hinten an cages cages vorsicht du du kannst recht sich links ja oder so so geht's auch ja lass uns a rushen oder das dürfen wir uns mal erlauben du bist ja gerade wieder weit getreten oder so ja deswegen gehen wir auch da rein also einfach nicht stehen bleiben sofort rein jetzt 1 2 3 los und nach oben aufpassen schnell schnell lass mich planten covert mich covert mich feuerschutz jetzt oh mein gott ich bin gestorben weg laufen leute cover die Bombe einfach raus zögern oh mein gott miri du bist der einzige miri die diffusen aufwarten da unten ja gut 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 oh nein egal verkackt ok eros keine gute idee das ist diffusen das ist diffusen ja kannst du sicher sein scheiße entschuldigung er hat kein kid aber schafft er trotzdem locker ich glaube waschen ist nicht unsere beste eigenschaft ich glaube eher dass wir einfach zu wenig dass unsere team zu wenig nach oben geguckt hat was einfach falsch war ok ich muss aber zugeben ich war auch nicht mit bei A ich bin hab äh fake A gemacht ich bin drunter zu B lass uns zur Rampe gehen ist jetzt easiest way ja dann werfe ich den smoke einfach mal outside ja mach ne diego hat es auch getan aber ok fokus besser denken wir ja warte vorsichtig vorsichtig ich werfe den blend guck nur um die ecke und ich stehe geht 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 rechts von die ecke rechts von die ecke rechts von die ecke oh mein gott ich dachte es wäre eine von uns uuuhh ok outside oh mein gott alter verkackert ich will eine rauch eine ding und eine blend und eine decoy oh man outside then we will make it i think ich öffne decoy zu A ok jetzt rauch smokes raus vorsicht aber ich dachte schon das wäre ernst wo sind die oh mein gott oh mein gott oh mein gott warte da ist irgendjemand auf dem dach ja hinten bei catwalk auf diesem roten dach über diesen double windows oh mein gott alter scheiße wir sitzen fest oh mein gott bohr mit der abp voll in die freien ja weil ich jetzt hier keine ausdrücke sagen darf vorsicht rechts hinter dir jungen doch nicht im nacken wieder ooooh ooooh ja ich hab den typ neben dem angelesen hab ich gedacht war der kommt von der anderen seite einer pfff naja ok ich will mich jetzt nicht recht seitdem ich weiß was scheiße ist im spiel na so scheiße jetzt nicht aber ich sag nur wir haben ich hab kein smoke geld mehr ich hab nicht mehr geld für eine rüstung scheiß drauf ja wir nein gegen hat eine arbeit gar keine gute idee outside zu gehen wir haben keine ramp 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 ja warte flash draus und rein geht's so jetzt haben wir da rein jawoll 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 ah mein gott eh schon wieder gleich lowlife oh mein gott wir dürfen einfach nicht zu lange warten runter 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 los runter runter go down oh mein gott runter runter und dann los geht's oh mein gott leute was geht mit euch ab ist jetzt nichts nichts mehr da oder wird ja lass mein ständig kommen let's low Yeah la 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 lap lając geht ruhig jetzt ich höre ich komme oh my god von die freien hier alter nicht mehr okay anderer plan anderer plan wir gehen wir müssen wir müssen auch zeit ja genau zeit mit rauch holt euch mehr raus get get smoke grenades get smoke grenades ist important und jetzt hast du mir erst mal zu smocken weil dann so leichter ich mag den weg von awp zu vorsicht oh mein gott verkackt auch man ja wir haben wieder verschissen ja komm mal da rückzug get back also plan roger ja erler alter erler bester mann bester mann bester mann was ist das für welche ach komm ihr schafft den nein pass auf der ist da draußen da unten mit der arbe vorsicht genau da bitte enttäuscht mich nicht enttäuscht mich nicht oh mein gott oh mein gott oh mein gott nicht drauf halten oh mein gott nein ja gott sei dank ich habe so ein wird nur der noch eine runde dann steht schon mal unentschieden sicher noch eine runde haben wir gewonnen also noch zwei runde so was der plan äh wir haben keinen plan okay äh wir haben wirklich keinen plan äh ramp i think und und jetzt russ ramp jetzt komm rein und bamm 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 fängt mal gut an oh mein blockt sich ja gobi gobi vorsicht kommt eine flash rein einer von hinten einer von hinten einer von hinten one guy from behind ah ja ich wurde geflasht komm komm der letzte wir planten go gobi gobi oh mein gott he is in the cages watch out watch out guys avp okay but fuck Go from the cages Was hat der für ne Reaktion, ist dich und dann... Alter, wir sind so nah, ne? So nah! Ich hab zwei Leute weggerotzt. Wir schaffen das locker. Jetzt kommst du noch auf jeden drauf an. Auf Erla. Ja, auf Erla. Und der Typ mit der AWP. Ja, komm! Nein! Warte, warte, warum ist der runtergesprungen? Der hätte einfach um... Erste runtergegangen. Oh mein Gott. Oh mein Gott. Egal, Galil. Vorreden. Ah, hier, Daniel, nimm mal meine Waffe. Ah, sehr gut. Wer früher? Dankeschön. Ja, ich glaube eher, dass er mit der AK besser spielen kann. Er kann besser mit der Gali spielen. Weil die ist genauer. Glaube ich jetzt. Probier mal aus. Am Ende sagt er ein Fazit. Ja, ich glaube schon. Ich kann mit der AK besser spielen. Aber ihr habt beide auch ein besseres Aim. Das macht mehr Sinn, wenn ihr die habt. Aufpassen, aufpassen. Die kommen von links. Warte, warte, warte. Die warten auf uns. Komm, komm. Vorsicht jetzt schleichen. Auf dich mal bitte hier hin. Auf dich mal bitte hier hin. Auf dich mal bitte hier hin. Ja. Komm mit, komm mit, komm mit. hol dir ja hin. Ich darf das hier hin. Auf dich mal bitte! Kein bisschen Genauigkeit, Leute. Ein bisschen mit der Trefferquote und so. Äh, Muwi. von links von links ich weiß gar nicht wieder da hochkommt ja aber das nur 45 sekunden ist dir klar ab jetzt ja das ist das problem du kannst es schaffen einer ist oben heaven ganz oben wie du sagen würdest walk of fame oder wie auch immer und hinter dir und tot keine ahnung weil es ist weil es gerne von hinten mögen und ich bin mir egal geht auf fernkampf fässer kauft euch waffen leute ja wir sind noch nicht am verlieren ist nichts verloren sobald 15 steht haben wir schon mal nicht verloren so weit so gut aber ich will gewinnen wenn will es ist auch ein weg ramp rush we don't get any chance so ramp rush oh my god instant header die 90 grad p90 guy get in get in oh mein geld ja p90 halte warum hat sie dann ok ich freu ich zurück nicht freu ich nicht sind einzige chance außerdem alles mag jetzt mugs außerdem wird liefst haben wir noch zu behält ich hab ein hast du eine ok außerdem plüten pro smog wohnen einfach richtung halle da wo sie sind das auch vielleicht kommen wir wieder eine granate nach hinten aufpassen ok leute 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 zugriff der bot ist schon mal weg gut ja ja das ist nicht unser problem gerade die leute leute der u ja verloren ok pumpen action oder dort war der g hier ein gerecht ja oder nicht anderes rechte gut ja egal da hoch da ist jemand links mit einer nova warte er kommt hinter dir er will zum heaven er geht hoch hol dir du hast noch 30 sekunden ja er hatte keine bombe ok geh raus geh raus das wird zum problem das schafft er nicht nein komm eben egal hättest du nicht geschafft glaube ich dazu hättest du ein bord und dann los geht's aber sonst nicht okay ich leute gibt alles ja ich habe nacken und runterziehen kann mich eine bitte hoch lassen denkst du wirklich dass du das schaffst weil ich habe mit meinem an mit meiner k habe ich immer mein schönes nicht zwei nicht zwei kommen mit mir mit polizei bitte mal ausweite auf vorsicht granate ne warte cover cover behind behind ok wir gehen zurück keine chance das sollte sehr gut ja wir planen bei a plant go into a wenn es jetzt fertig macht nie im leben der ist oben hab ihn und ich blende noch extra money we can do this guys we can do this die haben wir haben genug geld ok guys outside and don't rush watch out for a vp and snipers ich hab zwei blenden wird ähm lässt du mich jetzt wieder hoch die wissen ja und ich bin ich habe in meinem ak habe ich doch immer meinen mein pro m lasst mich wieder hoch probiert wenigstens dankeschön kann es hoch gehen kann es hoch gehen ganz hoch ist ganz gehen ich glaube ob die uns vernetten überraschen wollen ok ihr könnt ja super auto no chance ja zieht euch zurück wir gehen wieder rein geht am besten über die leiter bombe ach weißt du wo die bombe liegt äh du dich mal äh die bombe liegt oben ne äh misst das war ich tschuldigung vorsicht autosniper achso die liegt unten haha doch nicht oben ok get from the stairs into a hat es richtig gesagt näher pass auf nimm deine richtige waffe sonst stirbst du jetzt oh gott oh gott oh gott ich sehe schon vor mir was hat der euler erler für eine waffe eine awp oh mein gott oh mein gott nein nein das wird unentschieden kommt jetzt muss es ein pro m in bord rauspacken kommen jura im bord nein nein voll flash er kommt über das du jura 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 nein zehn sekunden das ist gg alter ne wir waren so kurz vorm gewinn egal dann warst du mit dem let's play ich wünsche euch noch einen schönen valentinsag macht's gut leute bis zum nächsten mal ciao